Happy ist und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Monster so wir bereiten uns jetzt schon mal vor ich hab schon ein bisschen angefangen okay mit Quarz kann also sowas nicht machen wir brauchen also den Marmor kein Problem ähm ich hab nämlich ein paar Übungen 6 ja machen wir mal ein bisschen mehr so dann so äh Schilder bräuchte ich eigentlich noch mehr was bin ich eigentlich mit dem orangenen Farbstoff brauche ich grad überhaupt nicht später mal äh hatte ich nicht sogar noch irgendwo mal Wolle naja ist egal nehmen wir was anderes für ähm dann was wollte ich noch was hab ich grad gesagt ein paar Schilder so so Bilder bräuchte ich auch noch dafür bräuchte ich aber noch diverse andere Sachen ne so und ansonsten haben wir jetzt erstmal alles was ich brauche für so unser Büro fangen mit dem Chef an würde ich sagen also mal gucken wie groß das Chefbüro war ich bräuchte eigentlich noch andere Sachen tatsächlich aber das Chefbüro ist glaube ich zu klein dafür von daher ist das egal ja das ist zu klein eindeutig ich hätte da noch eine Idee hm 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 ich hätte hier auch noch Ideen ich reiß das mal komplett ein hier schon ich muss ja nochmal nacharbeiten hm hm so hier noch hoch so so dahinter noch so Ideen die müssen ja auch umgesetzt werden dafür hat man sie ja ähm ja den Gravel mach ich immer so weg jetzt haben wir hier eigentlich Limestone so dann brauche ich mal nehme ich den Marmor hoffentlich reicht das was ich da habe an Marmor vermutlich wird es sehr eng ja aber reicht so dann versuchen wir mal was so und so mal sehen wie das aussehen würde so so und ich noch mal Marmor so sieht eigentlich ganz geil aus ne ja ne abgesehen von dem wenn man jetzt so so sieht es gut aus wenn man diesen Kackbalken da hinten noch nicht sieht so jetzt haben wir noch zwei Marmor, wir bräuchten aber drei, ist egal dann bräuchte ich eigentlich Zaun wüsste ich habe doch noch nicht alles na egal, wir machen erst mal den Tisch den Tisch übernehmen wir ein helles Holz für den Tisch mache ich den denn mal am besten ja, das sieht natürlich jetzt blöd aus, weil es dasselbe Holz ist wie da ja komm, dann nehmen wir halt Quarz 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 so so, ne geht kann man machen kann man machen so so, hier könnte man eigentlich ein Aquarium hinter machen oder so ne einfach ein bisschen mit Wasser statt das da müssten wir jetzt aber alles wieder einreißen wollen wir ja auch nicht unbedingt brauchen auch noch Vasen dafür brauchen wir also Lehm das muss ich mal noch irgendwann sammeln gehen so dann hier, ich weiß nicht mehr was was sein sollte ist ja auch egal kommt mit dem hellen Holz, hier kann man das machen so dann hier könnten wir eigentlich ja ok, da wollte ich nicht hinhaben hier ein ne der wird zu groß, machen wir nur einen kleinen so 2 schreibtisch die Reichen wir haben ja auch Rob Rob äh falsch läuft ja super ähm mm oder machen wir mal so so ne steht mir zu nah dran ich auch nicht also hoffen wir jetzt mal so ja so ist gut und hier ein so dann hier ein so dann hier ein ja jetzt natürlich das größte äh könnte man hier machen könnte man Eiche versuchen ne äh ja könnte man mal Eiche versuchen ne so ist jetzt nicht sehr originell das Design so hier vielleicht wieder andere Stühle ich habe jetzt aber auch keine anderen dabei von daher nein ähm hm ist egal so machen wir das hier genauso so ne erstmal so ganz simpel sind ja nur die Deppenbüros äh ich meine ähm die unwichtigen Menschenbüros so was wollte ich noch ähm 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 Zaun boah wir gehen da nochmal in Zaun Alter hab ich schon wieder vergessen ne wie ein Zaun geht hab ich natürlich auch keinen irgendwo rumliegen wie ich mich kenne aber wir kriegen das raus schnell gucken dass wir noch was ablegen können vielleicht das wird nicht mehr brauchen hier diese Baumstimme brauche ich jetzt nicht mehr glaube ich ähm ähm wie ging das jetzt hier mit dem Zaun zufällig so ha perfekt ne mit denen da so ähm so und so mal gucken ob wir für den Chef einen schönen Stuhl hinkriegen das 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 schöne Stuhl da wie gesagt muss ich noch Leben suchen so wie gesagt der Chef kriegt hier einen sonder mäßig guten Stuhl der kommt der kommt ne wenn ich den jetzt hier hin mache sieht das doof aus ne also wenn dann muss der schon hier das sieht auch doof aus natürlich und viel zu hoch ähm in dem Fall hm 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 das geht natürlich auch nicht dann muss der doch bloß einen normalen Stuhl kriegen schade ich hatte jetzt eine schöne Idee für einen Stuhl ich kann euch das mal demonstrieren gleich hier so so wollte ich das machen so dann ähm nimm so quasi und dann so wäre dann so in etwa der Stuhl gewesen schade macht nix oder gibt es vielleicht noch was anderes hier mit nö ne sowieso nicht nö egal egal so ich wie gesagt noch bräuchte werden Bilder dann müssen wir sowieso noch mal gucken wie die Kingen dann noch das Text Shopback war auch nicht schlecht so das ist natürlich alles erstmal ganz einfallslos und sehr Standard so wir haben auch keine Vasen dafür brauchen wir wie gesagt Lehm wir haben keine Wolle die wäre vielleicht noch ganz brauchbar was müssen wir jetzt alles mal suchen gehen dafür brauchen wir Platz im Inventar auf jeden Fall dann gucken wir mal ob wir nicht irgendwo Lehm finden habe ich nicht sogar noch Lehm ich muss dafür mal in unseren alten Keller gehen für den Lehm und jetzt lade ich hier mal ein bisschen ab was ich jetzt gerade nicht brauche ach siehste ich brauche doch noch mal Quarz hierfür habe ich nämlich noch ein paar Ideen das brauche ich nicht das brauche ich nicht so ähm mal rüber gucken ich meine wir hatten schon mal Leben gebraucht hier oder oder war das in Terraconia weiß ich nicht mehr Mann so lange her ähm okay das ungünstig sein natürlich ja da sind die nicht im Weg weil so jetzt sehr blöd aus irgendwie ich muss die mal vielleicht künstlich machen ich muss die vielleicht mal künstlich machen demnächst das hier ist nämlich jetzt alles im Weg hm blöd sehr blöd jetzt gemacht so das hier geht kann man drunter laufen aber und das meiste ist leider im Weg hm so muss ich gucken wo ich hier Lehm finde am besten eigentlich so in Sumpfgebieten aber Sumpfgebiete ist schlecht so mal gucken Leder habe ich hier sogar aber Lehm ich habe mal versiegelten Ziegelstein ich brauche normalen Ziegelstein wenn es geht ich wette ich habe alles aufgebraucht an Lehm wenn wir schon welchen hatten ich kenne mich doch ich kenne mich doch ich will doch noch ein paar Basen machen nur ein paar Hallo war das jetzt oh ja sehr schön wollte ich genau da haben scheiß Ding ich muss gucken in Sandnähe gibt es manchmal auch Lehm irgendwo eingebettet in Sand jetzt mal gucken hatte ich nicht irgendwo mal sogar tatsächlich was wo es viel Lehm gab ich weiß das nicht mehr das ist zu lange her so Lehm Steinziegel bauche ich nicht hier sieht es nicht lehmig aus aber hier habe ich Marmor noch ein bisschen hi hi ach ich habe sogar eine Gasträne eine Gasträne ach ist ja wunderschön dass ich hier alles habe weiß ich schon gar nicht mehr alles Moileteg ich habe sogar noch ein Goldschwert und noch mehr Glas und Schild und Eimer und die Schere warum mache ich eigentlich keine Schere mit wenn ich hier eigentlich naja Lehm perfekt wenn ich jetzt noch normale Ziegel hätte habe ich aber nicht macht aber auch nichts denn aus dem Lehm kann ich jetzt ne Quatsch ich baut jetzt das hier oder ich muss doch das hier einschmelzen genau so war das habe ich hier noch was drin nö was denn das Hirsch lecker ja den das kann ich eigentlich mal ne das ist ja fertig das ist ja fertig das haben wir alles erfolgreich gemacht hier könnte ich auch mal eine normale Treppe hin machen sodass ich nicht immer auch springen muss das ist ja auch mal eine Idee was ich nur so machen kann später mal also hier kann ich noch sehr viel machen ich muss doch wirklich mal gucken was es für Mods gibt ich könnte auch mal ja im Livestream könnte man eigentlich auch ein neues Minecraft Projekt anfangen hm äh mit einem anderen Texture Pack und sowas was modern ist irgendwie mal gucken mal gucken jetzt sind wir ja erstmal hier noch in dieser Welt äh ach ich schmeiß den dem jetzt mal schnell nicht hier rein ich guck mal was ich noch so an Kohle hab wir haben ja ordentlich gesammelt oh ja dann gucken wir in Runde so dann wir draußen mal irgendwas machen wir gucken mal ob wir Leben finden ne brauchen wir noch nicht mehr haben wir noch jetzt wann bin ich doof was können wir noch suchen Zuckerrohr brauche ich glaube ich Zuckerrohr und ich meine ich hatte irgendwann mal welchen gesehen gehen wir da zu den Nachbarn fragen die mal ob die was haben für uns weil wir so nette Nachbarn sind die immer sehr still sind ich meine die waren hier die Nachbarn ne und ich glaube Zuckerrohr brauchte ich glaube ich für Bilder ich weiß es gar nicht mehr ich muss gleich nochmal googeln wie man wie man Bilder macht ich weiß ja nicht mehr auch was da genau Wolle wollte ich auch noch wo ist denn hier ist das ist eine Kuh ne aber wir sind scharf oh ja Wolle Wolle ich bräuchte vielleicht noch andere Farben an Wolle meine Süßen jetzt muss ich mal gucken von da komme ich also muss ich nach da mal gucken was oh okay ich dachte schon da geht's Alter wann das jetzt hä wo bin ich jetzt durchgelaufen was hat mich vergiftet hä hä merkwürdig was war das da schon wieder hier ist das ach Gift Efeu nehm ich mal mit der gute Gift Efeu den hab ich nicht beachtet die Sau so so lange ich jetzt mal hier ein bisschen Zuckerrohr holen der Lehm schmort ja da drin ich hoffe die haben hier ein bisschen Zuckerrohr für uns irgendwo ich weiß das nicht mehr was die hier anbauen die bauen noch die scheiße an wenn ich irgendwo Zuckerrohr auch Zucker 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 Sieht die so aus nö Karotten allen scheiß aber kein Zucker da warum muss der irgendwo geben da hier können wir ein bisschen was rausholen und dann bei uns drüben vielleicht anpflanzen so denn hier drüben nützt uns das hier nix wir ja nicht jedes mal hier rüber rennen und die Nachbarn beklauen was macht man nämlich nicht also ständig die Nachbarn macht nämlich nö 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 alle paar Wochen mal so dann gehen wir mal zurück zum scharfe scharfe Häusle baue jungen da hat sie jetzt auch ein bisschen gefangen ne es leckt jetzt nicht mehr so doll hm ich brauche auf jeden Fall da Sand hier haben wir Sand das ist mir noch ein bisschen weit weg wo ist denn wo ich denn jetzt meine Hütte muss da hier irgendwo kommen also beziehungsweise meine eine Plantage war doch hier irgendwo oder nicht hier ist jedenfalls mein Berg glaube ich hm bin ich nur zu weit hier drüben vielleicht oder habe ich mich jetzt doch verordnet von hier kamen wir haben wir den Gift D voll geholt ach da hinten genau so und dann kann ich da da habe ich Sand dann mache ich da meinen Zucker ha perfekt das machen wir noch schnell und dann ach ich brauche eigentlich noch mehr Wolle ich auch mal noch suchen gehen aber zum ersten Mal mit dem Zuckerrohr hier raus so da haben wir jetzt vier hier brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr so gut ach ja wir können ja unsere Wolle selbst herstellen genau genau wir stellen uns unsere Wolle einfach selbst her ha perfekt so wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Monster ich stelle ein bisschen Wolle her sammle dann den Zuckerrohr ab und so und sage tschüss bis dann wir sehen uns jetzt mal ein bisschen dann considerieren wir in der nächsten Mal zu uns